Kalt ist es am Morgen und so langsam grünt es an jeder Ecke. Das Goldglöckchen gibt ihrer Umgebung einen kräftigen Gelbton. Erste Kirschbäume zeigen ihre prächtige Blüte. Die Sonnenstrahlen dringen durch die Baumkronen der Kirschen. Das Licht wirft einen sentimentalen Schatten auf das Kronendach. Ich verweile einen Moment, genieße den Augenblick. Kurzurlaub am Kirschbaum. Lade meine Akkus auf, bevor ich meinen Weg zur Arbeit fortsetze. Und mit diesen tollen Bildern wünsche ich euch ein bezauberndes Osterfest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017